Mein Name ist Thomas Lüscher, ich komme aus Aarau im Kanton Aargau und die Kategorie würde man wohl sagen ist Jazzmusiker und meine Aufenthaltsdauer ist von Juli bis Ende November. Die Motivation war endlich mal Zeit zu haben, richtig viel zu üben und zwar richtig am Stück und die Aussicht auf ein tolles Instrument im selben Raum zu haben, wo ich schlafe, hat sicherlich auch den Ausschlag gegeben, dass ich mich für ein Neues beworben habe. Ich finde es sehr spannend, ich bin jetzt erst seit knapp zwei Wochen hier. Es kann sich noch viel ändern, aber es hat sehr gut begonnen, ich finde es ist eine inspirierende Umgebung, es ist ein tolles Team, es wird gut gekocht von uns, von mir erst einmal, aber ich habe schon viel gut gegessen und das Wetter stimmt, es ist eine tolle Umgebung und ich fühle mich sehr wohl. Ich arbeite an vielen verschiedenen Dingen, es sind zum Teil rein technische Sachen wie Tonleiten, Arpeggis und Finger Fitness, dann gibt es andere Bereiche wie Improvisation, wo ich einige Stunden pro Tag dann übe und bestimmt auch Komposition. Ich glaube Kochen für zehn Personen. Ich lese, habe ich zwei Bücher dabei, ich hoffe es werden noch mehr im Verlauf bis Ende November. Vielleicht das interessanteste Buch im Moment für mich ist The Rest is Noise. Ein spannendes Buch von einem Amerikaner über Musik, sehr zu empfehlen. Ein spannendes Buch von einem Amerikaner über Musik, sehr zu empfehlen. Ein spannendes Buch von einem Amerikaner über Musik, sehr zu empfehlen. Ein spannendes Buch von einem Amerikaner über Musik, sehr zu empfehlen. Ein spannendes Buch von einem Amerikaner über Musik, sehr zu empfehlen.